Aufgang und Silvia 100 Punkte für die schönste Hauptsache der Welt und hier kommt die Erklärung. Männer suchen sich die, weil sie zu allein sind. Die können gut putzen. Vielleicht ist sie auch dünn. Vielleicht ist sie auch dick. Sie sind manchmal ein bisschen zickig, aber auch manchmal nicht so zickig. Männer arbeiten immer mehr. Männer kriegen auch ein bisschen schneller den Bart. Männer sind kleiner, äh, größer. Von Mann kriegt sie Geld. Sie ziehen die Kleider an und keine Hosen. Man hat beim Schwimmen Bikinis an. Man nimmt immer Parfüm, was ich überhaupt nicht gerne mag. Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Die putern sich, die schminken sich, die tun Lückenstift dran machen. Und brütet die Babys aus. Und mehr nicht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank.